Ich bin Robert Lewandowski und das ist mein Team. Kingsley Command. Serge Gnabry. Jamal Musialov. Bambi! Ich bin Manuel Neuer und das ist mein Team. Davies. Lukas Hernandez. Joshua Kimmich. Das Spiel geht bis 21. Wie bis 21? Wie viele Punkte gibt es ins Loch? Drei. Und wenn er drauf liegen bleibt, gibt es einen. Und man hat die Möglichkeit, einen Sack vom gegnerischen Team runterzuschubsen. Es zählt das, wie beim Curling, was am Schluss auf dem Brett ist. Hä? Wenn er hier liegen bleibt, gibt es einen Punkt. Okay. Und wenn du danach den Sackgau wieder wegschmeißt, dann ist der Punkt weg. Die Mannschaft hat vier Säcke. Okay. Von behind? Ja. Ja. Ah! Oh! In den Pfosten raus! Oh! 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 Du bist so richtig! Ah! Ah! Die Füße! 1-0 für Schwarz, komm! Dahinter! Hinten! Ich würde schon sagen, dass es hinten ist. Ah ja, nein! Der zählt, oder? Nein, niemals! Was ist lecker, auch französisch! Ja, Mann! Fokus, Jamal! Bambi! Hey, Bambi! Konzentration! Der hat einfach hochgeworfen! Mach weg! Das ist ja total! Es ist 21, da habt ihr euch geirrt, oder? Ja! Der hat vorgelegt! Nein, nein! Der hat gesagt, nein! Wir sind vorgelegt! Nein, nein! Ich schwör! Bambi! 1-1! Schwarz beginn! Schwarz beginn! Schwarz beginn! Schwarz beginn! Du beginn! Erst dreimal echt gut, muss ich sagen! Halt die Klappe! Nein, ehrlich jetzt! Aber geht nicht! Du bist! Nein, nein! Du bist ein bisschen fester! Oh! Was hast du gemacht? Ich habe mich schon dafür geschaut! Ich habe die Regole! Ey, du lachst über den, gell? Ja, aber weil ich auch so machen will, wie du im Klappe! Aber das ist doch! Danke! Wenn du gar keine Lust auf das Spiel hast, dann wirfst du den Sack! Ja! Jawohl! Ja! Komm, Luki! Just get it on it! 2-1! 2-1! 2-1! 2-1! Bis 7, glaube ich, oder? 2-1! 2-1! Ja, dann die haben kein Zeichen! Dann machen wir das! Ja, das ist unser, aber Juvie! Ja, Juvie immer erstes Spiel! Ja, Bambi! Gut, Jamal! Ja! Ja, Junge! Aber immer eins vor! Ich habe so Angst, dann wegzuboxen! Ja! Das ist ja richtig Qualität hier, Alter! Und treffen! Sack auf! Ja! Mach noch eins! Ja, danke! Mach nicht weg! Mach nicht weg! Ey, das geht nicht! Oh, der wäre mit Liebe! Aber gut! Zwei beide! Ja, eben noch eins! Und jetzt schmeiß noch so einen grünen Sackerl da runter! Kein Äublewert! Wir haben zweimal angefangen! Ja, okay! Ja! 2-1! Aber wie viel? 5, oder? Es geht ja bis 21! 5-3! 5-3! Komm, wau, wau, wau! Wir haben keine Zeit danach, oder? Alter Schwede, Alter! Opa! Hey, ein bisschen Liebe, Alter! Hey, was habe ich gerade geworfen? Liebe hier! Ja! Buena! Komm jetzt! Komm jetzt! Ropsi! 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 Einen, nein! Du willst direkt kommen! Direkt! Wir wollen wegkicken, Alter! Ja! Mit ein bisschen mehr Winn, aber das kommt weg! Nein, nein, du musst es. Eieiei, trop fort. Perfekt. 4-4, wir kommen. Grün beginnt bzw. schwarz. 4-4, wir kommen. Zu stark. Komm jetzt, komm jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. Ein Ball. Prost. Prost. Komm, wie das reicht. Oh nein. Oh. Pass auf, wenn du meinen anschiebst. Boah, geil. Sieben und fünf. Ja! Warte, warte, warte. Jamal, du willst uns betrügen. Mach du als erstes. Oh, das ist gut. Sieben und sechs schieben. Ich habe ein bisschen Angst, den jetzt ins Loch zu schieben. Mach mal recht fest. Hat keiner die Idee erkannt? Doch. Einmal wie beim Stein. Wie viel? Flitschlappen. Ja. Nein! Oh! Ach, schön, ja. Schnell! Ja. Okay, schön, ja. Nee. Bisher hat er zuerst schon ganze Null geschafft. Ah, der war knapp. Du kannst schön mit Bannen, ne? Da fällt die Hände rein. Perfekt. Oh! 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 Ja, ich bin nicht. Das war das nicht nur. Ach, ich habe ihn gerade! Ah, ich habe ihn gerade! Nein, das war gut eigentlich. Ja, ich soll. Wann ist das nicht gut? Nein! Sieben zu dreizehn. Ja. Ich schau dir am Ende. Hau dich alle weg. Oh ja. Oh ja. Das war nichts so. Das war nicht so. Ja! Das war zu viel, Alter. Wir kommen jetzt noch mal, Mann. Ah, nee, das ist gar nichts. Warte, ich mach jetzt das Loch ein. Ich brauche zwei. 7 Cent. Komm, komm. Klasse. Bambi, Fokus. 13,5. Wieso kann man mit dem Sport kein Geld verdienen? Oh Gott. Ich habe gesagt, Fokus, Alter. Geh weg da! Wir haben noch einen. Noch einen, noch einen. 13,2, ja? Wir haben fünf Points gemacht jetzt gerade. Wie viel? 13,2. Geil. 3,2, ja. Gut, Alf. 1,2, ja. 1,2, ja. 2,3, ja. 2,3, ja. 2,3, ja. 2,3, ja. 2,3, ja. Und ich meine da? 1,2, ja. Ja, oder? 3,13, 13. Wogdock! Torh, vor! 1,2, ja. 3,13! 3. 3,13 alle! 3,13. Lass bisschen mit Flo ziehen. Ich mach das für uns, fürs Team. Ja, zeh été. Was hier? Super! Sehr gut, Jo. Super, Jo. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Mach den mal weg da! Oh ja! Der ist geil! Jo! 16-30! Okay! Das ist so schlecht! Na, geht's, Mann! Komm, Mavi! Mach, bis ich die Schulter aufhört! Schlecken muss ich! Der verhungert doch, Mann! Fokus, fokus! Einmal mal! Was seid ihr? Drei vor? Ne, zwei! Geht da mal weg, Bedeffi! Nein, Mann! Leute, darf ich noch? Der eine oder andere hat das Spiel noch nicht verstanden. Ne, ein bisschen weiter! Bisschen! Nein, war okay! Ja, so mache ich ihn rein! Und dann weg! Mach wieder hin! Ja, das kann sogar sein! Ja! Ja, Luki! Ich siehste, Luki! Das ist halb viel! Oh ja, oh ja! 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 Der war richtig lecker! 19! Okay, dann schaffe ich es! Mach ich das fertig, okay? Ja, ja! Mach ich fertig! Nein, glaube ich nicht! Okay! Schade! Oh! Das winkt! Wie viele haben wir es? 19! Ja! 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 Eine noch! Eine noch! 20 zu 17! Ja! Fangen Sie an! Für? Zu 17! Haben Sie 17? Sind Sie sicher? Sie, sie, sie! Zählen nochmal! Kauki! Gute Idee jetzt! Ein Tor und vorbei! Aber ist nicht direkt vorbei, oder? Ja! Wir warten nach dem Team! Kinikocho! Kinikocho! Oh ja! 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 Der war gar nichts King zum Beispiel! Ja! Na, tschüss! Letzte! Ja! 20 beide! Komm jetzt! 20 beide! Das ist der letzte? Ja! Vielleicht! Bambi! 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 Hey! Nein! War nicht aus! War nicht aus! Ja! Oh! Scheiße! Der wird noch fallen! Der wird noch fallen! Komm jetzt, Alter! Kling einfach nur... Zwei vor! Eine Punkt! Eine Punkt! Wenn wir noch einen Punkt! Irgendwie reinschieben da! Da hat überhaupt keinen Punkt dabei! Oh! Der ist geil! Ja! Ein Tor! Und was jetzt? Beide 23? Ja! Gut! Nee! Was? Was? Nein, nein! Weg! Aber guter Versuch! Wir kommen auf einen nice one! Ein Punkt! Ja! Ein Punkt! Oder 23 beide ist es! Ah! Nein, nein, nein! Und Kapi! Weiter! Weiter! Nur drauflegen! Oh! Ja! Nein! Schau mal! Ich hab die Kamera auch noch in den Augen gemacht! Aber jetzt stecken! Stecken! Na, wer jetzt nach dem linken Brett den meisten Punkte hat, der hat gewonnen! Gar nicht, nein! Ja! Oh! 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 Good, Sergio! Not bad! Der könnte noch fallen! In the now jagaar! No! Noo! Jaaa! Fonzi! Hey! Mach ihn! Wirf den einfach nicht da rein! Schieb den rein, Levi! Fonzi, weg! Bitte nicht da drauf zielen! Jaaa! Super! Jaaa! Atakare! Post, post, post! Jaaa! Geil, Männer!